Neuer Start in den Tag. Heute verkaufen wir unseren Wohnwagen. Oder verkaufen wir ihn nicht? Mops, wie startet so dein Tag heute? Also eigentlich super. Ich habe heute Morgen die Kaufverträge ausgedruckt, gemacht und getan. Ich habe gestern noch neue Patronen geholt. Es funktioniert. Und wir sind jetzt gerade den Kleinen zum Kindergarten gebracht. Wir hatten was zu Hause vergessen. Illo hat das eben geholt. Ich habe im Auto gewartet. Auf einmal herlegt er mir das Handy auf den Schoß. Leute, es ist kein Scherz. Er kriegt eine Nachricht. Aufgrund der aktuellen Lage... Wartet mal eben. Wartet mal anderthalb Stunden, bevor ihr den Teil abholt. Guten Morgen. Ich muss absagen. Gestern hat die App angeschlagen und ich musste gleich dorthin. Er ist von der aktuellen Lage betroffen und die ganze Familie kann jetzt nicht raus. Und er hat halt kein gutes Gefühl und er hat wohl Vorerkrankungen. Und er hat jetzt andere Sorgen und es tut ihm leid. Da habe ich ihn versucht anzurufen. Ging nicht dran. Da habe ich geschrieben. Und jetzt? Kann er nicht jemand anderes holen? Kann er jemanden geben? Oder vielleicht könnten wir ihn auch dorthin bringen? Sind wir ja auch. Wir haben ja die Möglichkeit. Wobei, er ist abgemeldet, Leute. Also haben wir jetzt nicht die Möglichkeit. Aber da war jetzt mein Gedanke. Wir holen das rote Kennzeichen oder irgendwie was. Oder jemand bringt den von der Familie und wir fahren den dorthin, weil der den nicht fahren hat oder was auch immer. Dann rief er, nein, wir haben ein echtes Problem, auch finanziell durch unsere Ausfälle. Ja, dann habe ich da jetzt nochmal angerufen. Dann sagt er zu mir, ja Frau so und so, es tut mir leid. Und ich so, was soll das jetzt bedeuten? Ich sage, wollen Sie den jetzt nicht kaufen? Nein. Also das ist jetzt schon ein Hammer. Also ich habe wirklich Verständnis dafür und, und, und. Aber er sei wohl selbstständig. Ja, aber es geht ja auch gar nicht darum, ein Mann ist ein Wort. Und heute sind Männer keine Männer mehr. Ganz ehrlich so. Wenn ich dann was habe, dann kann man ja sagen, geht gerade nicht. Lassen Sie uns so in ein, zwei Wochen einfach nochmal sehen. Ja, ja, oder mittlerweile, das sind zehn Tage eigentlich, soweit ich weiß. Ja, oder ich weiß nicht, fünf Tage. Ja, aber, ja, ja, also es ist aber trotzdem der Hammer. Vor allen Dingen, wann er wirklich absagt, er sagt anderthalb Stunden vorher ab. Das ist jetzt schon, das ist schon krass. Ja, es kann auch dann wieder irgendwie nur eine Masche sein. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, genau, genau. Man weiß es nicht, es kann wirklich so sein. Ich habe dem Mann trotzdem alles Gute gewünscht. Ja, klar, wünschen wir ihm alles Gute. Aber es kann auch eine blöde Ausrede sein. Es ist jetzt der Hammer. Wir haben einen abgemeldeten Wohnwagen. Ich habe dafür gestern Geld bezahlt. Das heißt, wir können ihn jetzt nicht mehr nutzen. Das ist wirklich ein Scherz. Wir haben ja gestern auch drüber geredet. Ey, da hat man sich wirklich drauf verlassen. Man kann sich heutzutage nicht mehr auf ein Wort verlassen. Wir sind einfach zu gutgläubig oder wir selber. Wir selber sind so. Wenn wir wirklich sagen, so, dann so, dann hätten wir Wege dafür gefunden. Also bei uns, wenn wir was sagen, halten wir unser Wort. Das ist wirklich wichtig. Aber wir müssen echt daraus lernen, dass wir, dass andere Menschen nicht so sind wie wir. Also es ist jetzt echt ein Scherz. Die Stimmung ist gerade auch so ein bisschen, naja, ich habe gerade schon gelacht. Er sagt, da ist das zum Lachen. Ich sage, nee, ich sage, aber kannst du ja eigentlich nur drüber lachen. Er so, ja, also wirklich. Also, ja, es ist einfach echt schade. So, weil man dann, ja. Ja, für mich in Zukunft habe ich auch Zillow gesagt, mache ich das nicht mehr. Ich mache sofort eine Anzahlung. Das war auch so. Alles klar. Brauchen wir nicht machen. Ich mache eine Anzahlung. Ich würde nie wieder ein Fahrzeug dann abmelden. Ich würde es wirklich dann an dem Tag wirklich erst abmelden. Dann würde ich das Kennzeichen abnehmen und danach wegfahren. Ja, aber wirklich. Ich lerne daraus für mich selber. Ich kann mich nicht auf andere Menschen verlassen. Es ist nicht mehr ein Mann ein Wort. Und von daher, ja, wir kriegen ihn verkauft. Aber wir hatten uns jetzt echt gefreut. Wir haben alles fertig gemacht. Ich hatte gestern natürlich einen super, was heißt super stressigen Tag. Aber wir waren gestern ja zum Straßenverkehrsamt gefahren. Sind danach direkt zum Wohnwagen. Sind da zweimal hin und her. Es hat geregnet. Es war kalt. Wir haben alles nass gemacht. Ich kam kurz auf knapp erst zur Arbeit. Dann kaum noch Essen was gemacht. Er hat den Wohnwagen noch gewaschen. Wir haben alles verräumt. Wir sind nach Hause, kurz auf knapp. Ich habe den Kleinen sofort vom Kindergarten abgeholt. Bin direkt durch mit ihm gefahren. Er ist mir auf den Rückweg dann eingeschlafen. Dadurch musste ich ihn aus dem Auto. Also alles so Sachen, die halt ungünstig sind. Ich war gestern eigentlich verabredet gewesen. Das fiel dann dadurch auch ins Wasser. Das war ein Treffen gewesen auf dem Spielplatz. Das hat dann natürlich auch nicht mehr funktioniert. Ja, es war alles. Ist gemacht, getan. Ich bin dann gestern am Mittag sogar noch losgefahren. Habe eine Druckerpatrone gekauft. Bin heute Morgen eher aufgestanden. Haben das alles fertig gemacht. Gemacht und getan. Und dann so. Ja, wir müssen jetzt mal irgendwie. Wir müssen. Wir haben nur eins verloren halt. Ja, so ein bisschen glauben an das Wort eines Menschen. Einfach. Wir haben jetzt so natürlich nichts verloren. Der Wagen kann dort auch abgemeldet stehen. Es ist nur einfach jetzt die Möglichkeit weg. Und dann, wenn mal noch jemand kaufen würde, dass wir sagen, ja, pass auf, wir bringen das Teil einfach vorbei. Okay, entspann dich. Legst du halt ein Fuffi hin oder für das Spritgeld. Genau. Wir machen ein super Video quasi, wie wir ihn wegbringen. Das ist jetzt für uns jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also, ja, aber das ist einfach ja wirklich schade. Und ja, wir machen dann einfach weiter. Wir sind Stehaufmännchen so oder so. Auch bei unserer Tour werdet ihr das öfter sehen, dass irgendwelche Ereignisse, so wie ihr das selber kennt, einfach kommen. Ja, wo man dann nicht so drüber glücklich ist. Und ja, wir sind jetzt eine Erfahrung reicher. Er sagt jetzt mir, sie kriegen den schon weg. Sie sind ja eine gute Verkäuferin. Ja, Mops, jetzt was in der anderen Sache ist. Es geht ja jetzt hier um den Wohnungsverkauf. Und da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass da alles glatt läuft. Das fällt mir gerade ein. Wir sagen so zu deiner Mama, wo wir rein sind, ja, der hat abgesagt. Und sie so, was, wegen der Wohnung? Und wir so, oh nee, das wäre jetzt auch noch der Hammer. Das wäre jetzt echt der absolute Knaller. Also dann besser jetzt wirklich der Wohnwagen als die Wohnung. Aber dann wird wirklich alles, wir haben den Vertrag gekriegt im Entwurf. Und die haben ja geheiratet und sie hat jetzt einen anderen Namen und hat aber den Ausweis vorher noch nicht ändern lassen. Also nicht rechtzeitig, dass der dann schon irgendwie ankommt. Wir haben das damals so gemacht, dass der dann... Ja, vorher schon. Wir wollten dann ja direkt... Seychellen sind wieder geflogen, einen Tag später. Und mussten auch schon Reisepass in den neuen Namen und sowas haben. Und hatten das halt schon alles im Vorhinein geändert. Ja, und da gibt es jetzt halt aufgrund dessen ein paar Schwierigkeiten, weil sie halt anders jetzt heißt. Und ja, das muss jetzt halt alles geklärt werden. Aber da sind wir wirklich optimistisch. Also die haben auch wirklich Interesse. Die haben auch viel Interesse hier an Sachen aus der Wohnung. Unter anderem kaufen die auch unseren Küchentisch. Ja, aber da werden wir jetzt mal wirklich dann noch Nägel mit Köpfen machen. Irgendwie, dass sie das dann auch wirklich nicht, dass wir am Ende sagen, sie, ja, wir brauchen das jetzt doch nicht oder sonst was. Wir brauchen den Park aufsetzen und wo drauf steht was. Aber die wollen unseren Küchentisch haben. Die wollen die Esstischlampe haben. Die wollen den Schlafzimmerschrank haben, den Kinderzimmerschrank haben. Die Kinderzimmerlampe an der Decke. Die Kinderzimmerlampe an den Wänden. Im Badezimmer wollen sie den Hochschrank haben. Ich glaube, achso, eben draußen auf dem Balkon unsere Balkonstühle. Den Balkontisch wollen sie haben. Ja, also wir werden einiges los. Das ist ganz gut. Das heißt, wir müssen nicht so viel einlagern. Wollen wir gar nicht hier. Die Wohnzimmerschränke, die sind nicht wirklich mehr was. Da hat der Mian da was auch kaputt gemacht. Im Flur, da ist halt auch was dran. Im Schlafzimmer ist auch was dran. Das wollten wir halt eh wegmachen. Die Küche, die ist mittlerweile, ich glaube, schon 30 Jahre alt oder so, Leute. Die haben wir von meinen Eltern gekriegt, als ich ausgezogen bin. Oder mit ihnen da mal zusammengezogen bin. Mein Vater hat meiner Mutter eine neue geholt. Und wir haben dann die Küche gekriegt. So waren halt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Das war ganz praktisch. Und wir haben uns die mit den Jahren einfach weiß foliert. Weil ich die halt auch gerne weiß haben wollte. Deswegen sind wir auch so ein bisschen abgeschreckt, was selber folieren angeht. Also wir haben Ahnung davon. Aber dabei hatten wir echt schon eine Ehekrise. Weil der eine den anderen mit dem Heißluftfön getroffen hat. Und das ist echt eine doofen Arbeit irgendwie. Deswegen wissen wir gar nicht, ob wir das selber machen. Wir wollen ja auch mal gucken, was kosten die Originalfronten. Aber die Küche, die ist jetzt wirklich schon, die hatten ja meine Eltern. Meine Eltern sind einmal damit umgezogen. Dann haben wir sie gekriegt in der Wohnung, wo wir gewohnt haben. Wir sind dann hier rübergezogen in unserer Stadt, wo wir jetzt wohnen. Und sind dann hier hergezogen. Also viermal ist sie umgezogen. Wir haben Porpussel dazu geholt. Hier stimmt was nicht. Da mit der Höhe nicht. Und es ist wirklich überall irgendwie was dran. Hier seht ihr auch im Hintergrund. Da hat der Kleine dann hier dran gezogen. Aber ja, es ist halt egal. Das könnte man alles neu machen und abreißen. Aber wie gesagt, die Küche ist mittlerweile so zusammengewürfelt und irgendwas. Wir behalten die Elektrogeräte halt. Die werden wir einlagen. Aber der Rest, der kommt ja höchstwahrscheinlich weg. Weil dafür wollen wir jetzt keinen Platz irgendwie verschwenden. Ja, aber das wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Also vielleicht lagern wir die auch ein. Nein, das Problem ist einfach, Ikea hat irgendwann seine Maße einfach der Korpusse geändert von, ich glaube, 60 in der Tiefe auf 80 oder sowas. Ja, da muss ich aber sagen, das ist keine Ikea-Küche. Aber so konnten wir quasi einzelne Korpusse nachhüsten, weil wir damals noch eine Tür hatten. Dann haben wir noch einen Korpus nachgeholt. Aber die haben jetzt eine andere Korpusgröße, was es halt durcheinander macht. Und deswegen, es ist alles ein bisschen kompliziert. Naja, auch das, was Mops gar nicht weiß. Sie hat jetzt ein bisschen viel hier gequatscht. Und da wegen der Wohnung. Sie hatte mich gestern nochmal angeschrieben. Sie war jetzt gestern beim Notar. Darauf wurde dann beglaubigt, dass sie sie ist, so gesehen. Das müsste jetzt bis Freitag rum sein. Und wenn alles gut läuft, geht es nächste Woche schon zur Beurkundung. Da warten wir aber mal ab und drücken die Daumen auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, weil ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Wir schließen für heute ab. Es ist für uns natürlich eine sehr große Niederlage. Aber irgendwie haben wir gestern auch schon gesagt, vielleicht haben wir ihn zu günstig abgegeben. Und dann dachten wir noch, weil wir hatten mich schon mal ein Angebot. Da waren es irgendwie 500 Euro mehr, was wir bekommen hätten. Da ging es dann um 50 Euro. Ja, wolltest du nicht runtergehen. Und Leute, es kommt Frühjahr. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Niederlage. Er steht da jetzt halt abgemeldet. Wir zahlen weiter diese 30 Euro. Und zahlen unseren Kredit weiter ab. Müssen dadurch auch, wenn wir ihn vorher rausgehen aus dem Kredit, diese Vorfälligkeitszins, müssen wir dadurch auch nicht zahlen. Und was ich aber zu Illo gesagt habe, Steuern halt. Wird das jetzt abgerechnet? Wir haben Anfang des Jahres Steuern für ihn gezahlt. Das heißt, wir kriegen jetzt dann quasi Steuergeld zurück. Versicherung natürlich auch. Versicherung kriegen wir auch zurück. Und er wird ja so oder so weggehen. Von daher ist es gar nicht verkehrt, dass es jetzt abgemeldet ist. Weil hätten wir ihn jetzt noch zwei Monate stehen. Wir nutzen ihn jetzt einfach nicht, weil wir ihn ja verkaufen wollen und nicht, dass da was drankommt. Das heißt, wir müssen ja die ganze Zeit Steuern und Versicherung dafür auch zahlen. Und das zahlen wir dann jetzt halt nicht mehr. Ja, schaltet einfach nächstes Mal ein, wenn es hier wieder irgendeine aufregende Story gibt. Oder wenn es irgendwie weitergeht bei uns. Es bleibt spannend. Ja, das finde ich langweilig. Nein, das auf jeden Fall nicht. Wir lächeln jetzt heute Morgen. Habt ihr selber ein Video gesehen. Das sah echt noch anders aus. Alles klar. Tschüss. Tschüss.